Diese Woche wurde ein Anschlag auf unsere Souveränität verübt. Die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden unter Wasser gesprengt. Unsere Bundestagsfraktionen hatten in einer außerordentlichen aktuellen Stunde schonungslose Aufklärung gefordert und ein Ende des Wirtschaftskriegs, der unserem Land schadet und jederzeit zu einem heißen Krieg, zu einer atomaren Konfrontation auf dem Kontinent Europa werden kann. Jetzt wollen Journalisten und Politiker den Bürger einreden, dass die Pipelines nicht repariert werden können. Der Betreiber hat aber bereits widersprochen. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 können und müssen repariert werden, und zwar so schnell wie möglich. Wir steuern im Herbst auf einen Energienotstand zu. Die Vereinigten Arabischen Emirate können Russland als Gaslieferant nicht einmal annähernd ersetzen. Die Bundesregierung möchte jetzt eine Gas- und Strompreisbremse einführen. Damit werden allerdings die hohen Preise für Flüssiggas aus Übersee nur auf alle Bürger umverteilt. Wir bleiben deshalb bei unserer Forderung nach einem breiten Energiemix mit Kernkraft, mit Kohlekraft und mit Gas aus Russland. Wir brauchen eine interessengeleitete Außenpolitik und Energiesouveränität. Wir brauchen eine der Forderung nach dem Komponiert,